Grüezi, mein Name ist Dr. Victor de Artunian. Ich bin Experte im Bereich der chirurgischen Sehfehlerkorrektur. Meine Erfahrung besteht aus über 15.000 erfolgreich durchgeführten Augenoperationen. Durch die Anzahl der operierten Patienten ist es mir bewusst, was für ein Stress und was für eine Angst der Patient haben kann vor so einem Eingriff. Meine Aufgabe ist, Sie sicher und stressfrei durch diesen Eingriff zu begleiten mit dem besten Ergebnis, damit Sie in der Zukunft brillenfrei und auch kontaktlinsenfrei weiterleben können.